Ich hatte Regen, aber was hast du zu der Verteidigung zu sagen? Oh, ich hab Angst. Ist die Stimmung? Es ist warm. Ja, es ist warm. Ich warte auf den Sonnenstuhl, den hat auch keiner besorgt von euch. Du siehst doch echt braun aus jetzt, so. Sieht gut aus, ne? Nicht lachen. Ich hab nicht gelacht. Nein, ich weiß, aber das ist so... Warte. Ruhig. Ah! Oh Gott! Was denn nu? Was dran ist? Was riesiges! Jetzt? Oh, ja! Jetzt? Was ist los, Bonny? Bonny? Hey Bonny, komm jetzt ran! Kannst du mal mit Bonny auf? Ja. Ja. Für die Aufsehen. Bitte einmal lächeln! Du mal mit Bonny? Du hast ... ... Du hast aufgenommen! Vielen Dank.